Du auch nicht. Ich hab's deinem Freund gerade gesagt. Heute bin ich nicht in Stimmung dafür. So, und machen die Gegend weiter. Ich hab jetzt endlich wieder Munition bekommen. Was mich sehr freut. Ohne Munition wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Ja gut, 6 Schuss und da ein bisschen 25 Schuss. Und da 50 Schuss Flammenwerfer. Das ist jetzt gerade nicht die Menge. Aber besser ist nichts. Also ich muss auf Ebene 2. Und dann ins Medizinlabor. Und helfen, was die auch immer mischt. Für einen Cocktail, aber der wird bestimmt gut sein. Den müssen wir dann auch noch mischen. Und das wird glaube ich auch die letzte Aktion sein. In dieser Aufnahmesession schon wieder. Man, wir spielen das Spiel schon richtig lange. Also... So, bin ich hier richtig? Ja! Bin richtig! Juhu! Wohin? Da ist wieder was zum Looten! 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 Sag mal hier. Nichts. Ja, dann muss man da lang. Ja, dann habe ich ja nicht eigentlich alles auch gelootet. Mh, Mann, Mann, Mann! Ich bin einfach zu gut! So, weiter. Ja, jetzt kann ich's kaufen. Hätte ich das vor 5 Minuten gewusst, hätte ich nicht hin und her machen müssen. Oh, Anzug Level 3. Laserkanone, Energiekanone, Strahlen, Munition. 20.000, ich hab 40.000. Ja, dann hauen wir uns rein! Hauen wir rein! Hauen wir rein! Ja! Wie? Also, wenn schon denn schon. Also, wenn wir schon eine Anzug Stufe 3 kriegen, dann hauen wir noch aus. Ich hab so viel Zeug zum Verkaufen und was ich noch kaufen muss. Neuer Anzug ist immer gut. Mal gucken, wie der aussieht. Bin jetzt mal gespannt. Mh, he, 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 he. Noch mehr gepanzert. Oder? Das sieht doch fast so aus wie der Alte. Ne, gut, der ist doch, der ist deutlich schwerer gepanzert. Gut. Dann Inventar. Dann will ich das hier verkaufen. Verkaufen. Ja. Halbleiter Rubin verkaufen. Ja. Starzer-Paket. Ja. Ja. Plasma-Knee nicht. Das Impulsgewehr auch nicht. Dein Flammenwerfer kommt in Safe. Die Strahlenkanone kommt in Safe. Safe. So, jetzt brauche ich hier... Was hab ich noch mit mir im Gitarre? Großen verkaufen wir das auch noch. So, jetzt haben wir Inventarplatz für... Ne, ich... Nein, ich will keine neue Waffen. Ich brauche Plasma Energie kaufen. So. Das brauche ich auch nicht. Und darf noch ein bisschen. So. Das ist erstmal aus dem Kaufen raus und meine Waffen nachbeladen. So. Was sagt mein Inventar? Ich habe 24 Schuss von Dämmung. Oh Gott. Jetzt noch die 3er nachladen. Und dann geht es weiter mit Munition kaufen. Wie viel haben wir jetzt? 75 Schuss. Und hier habe ich noch ein Inventar. Gut. Ich kaufe noch ein bisschen Plasma-Cutter Energie. Mit davon habe ich noch nicht so viel. Und ich habe so viele Credits. Aber ich will mir noch zwei, ähm, Energieknoten kaufen. Zum Upgrade. So. Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber jede Menge Munition. Medi-Kids habe ich auch noch. Ah, Alter. Was ist denn mehr? Jetzt kann es losgehen. Jetzt geht es auf die Jagd. Du machst dir nichts mehr. Mit einem Schuss. Sicherheitshalber draufstehen. Sicherheitshalber. Boah, der Spucker wieder. Ich mache den Arm weg und den Kopf weg. Schnell draufstehen. Gott, auch nichts mehr. Guck's. Ah, hat er echt recht gehabt. Du kriegst echt mehr bessere Waffen- und Ersatzteile dann, wenn du nur zwei Waffen hast. Oder besser gesagt, eine wäre eigentlich das Premium, aber eine langweiligt mich ja. So, jetzt gehen wir auf die Krankenstation. Haben das nächste Chapter abgeschlossen. Das nächste Kapitel. Kapitel 5. Jawoll. Die Hälfte haben wir, meine Freunde. Die Hälfte haben wir. Natürlich speichern. Überschreiben. Jawoll. Und weiter geht's. Tödliche Hingabe. Kaufen Sie sich Uniform im Shop, um Ihren Inventarslots zu erweitern. Hab's jetzt mal ausgefüllt, ausgeschmückt. Aber da haben sich die Entwickler dann was echt ein rausgehauen hier. Das ist ja richtig geil gemacht. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hier hin riechen. Oh je. Das verbreitet sich schneller als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Dankeschön. Lieb von dir. Aber ich denke mal, bis dorthin wird mir noch ordentlich jemand in den Arsch treten. Wohl. Bestimmt. War ich da nicht erst? Können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen? Die natürliche Ordnung? Sind Sie, sind Sie blind wie der Rest? Wer ist das? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Also von Liebhaber ist es nicht. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. So, mir Bums. Mach die Tür auf. Bist du? Geh doch. Sechs haben wir öffnet dich, ne? Und so. Ach Gott. Schnucki. Heute nicht. Heute ohne Zunge. Da ist mir heute ohne Zunge. Du auch nicht. Ich habe es seinem Freund gerade gesagt. Heute will ich nicht in Stimmung dafür. Das nächste Mal. Natürlich. Guck mal, ich kriege echt viel mehr Energie. Plasma Energie für meine Waffen. Und das ist auch gleichzeitig eine Taschenlampe. auch geile Sache. Auch per Zufall jetzt gerade entdeckt eigentlich. Jetzt mal so rum cuttern. Stasse. Gut. Ich habe noch ein Zelferserver. Das ist nicht die Diagnostik. Das Ding da drüben sieht nicht allzu nett aus. Es ist fett. Es ist hässlich. Ich meine, hier brauche ich einen Energieknoten. Ja. Komm rein. Fühle rein auf jeden Fall. Das ist ein geiles Stuff hier absnacken können. Okay. Weder ist kein geiler Stuff dran. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Na ja. Gut. Das Ding hätte ich mir sparen können. Für das Geld für 10.000. Ich habe meine Waffen abgecreated. Mache ich jetzt auch noch einmal. Ich habe noch einen Energieknoten. Plasma Cutter. Was machen wir? Kapazität. Ja. Dann kann ich mehr Munition drin laden. Und dann mehr Schaden. Tempo. Ist nur noch eine Stufe mehr Tempo. Boah. Wenn ich jetzt noch mehr Geld hätte, könnte ich das echt machen. Dann sollst du es bitte reloaden. Ah. Jetzt hat er 14 Schuss statt 12. Auch nicht schlockiert. So. Und jetzt, glaube ich, mache ich den Ding halt immer. Alter. Das machst du weg. Machst du das weg. Ach. Machst du das weg. Noch, noch so ein Ding. Alter. Stirb. Alter, wann stirbt der Dinger? Ach so, ich muss die Arme abschießen. Oh. Oh. Fuck off. Der macht mich fertig. Der macht mich fertig.